So, Hallihallo, wen haben wir da? Du bist die? Marlene. Grüß dich Marlene, ich bin der Peter. Ja, servus Peter. Ja, erzähl mal, was hast du denn da für komische Klamotten an? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich weiß auch nicht. Erzähl du am besten einmal, du gehst jetzt 3-4000 Meter Höhe, dann geht die Fliegertür auf und man springst da aus einem völlig komplett enthaften Flugzeug. Glaub ich nicht. Mit 200 Richtung Erde. Okay, wenn du das sagst, dann machen wir das. Durchs Weltall. Ob der Fallschirm aufgeht, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Einmal durch die Galaxie, was? Ob der Fallschirm aufgeht, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Einmal durch die Galaxie, genau. Sag einmal, bist du wahnsinnig? Ja, bist du wahnsinnig. Das war deine Idee. Ich sag doch, dann haben wir was gemeinsam. Das war nicht meine Idee. War nicht deine? Nein. Ich bin hier gezwungen worden, das zu machen. Du bist gezwungen worden. Von wem? Von höherer Macht. Von höherer Macht, klasse. Genau. Immer schön in die Videokamera lachen. Auch wenn du nicht danach zumute bist, lachst du trotzdem rein. Okay, ich versuch's. Habe ich schon einmal wieder da? Alles klar. Cool Spaß. Danke dir auch. Magst du dir noch irgendwas sagen? Ja, Mama ich hab dich lieb. Papa ich hab dich auch lieb. Ich hab euch auch lieb. Ich kenn euch zwar nicht, aber ich hab auch irgendwie alle lieb. Genau. Ja. Alles kaputt. So. Mach mal. Ja. Noch lachst du. Noch lachst du. Und mit deinem Hintern zwischen meine Beine. Super. So. Leicht. Ist es bequem? Ja. Na gut. Ich passe. Danke. Oh ja. Oh ja. Das geht's. Yuhuu. Yeeeeeah. Oh ja, das ist da. Schau mal. Ja. Ja. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Was wünschen? Wirklich viel Adrenalin. Überall in meinem ganzen Körper. Ja. Super. Neh mich alles mit. Ja, war schön zu beschauen. Schau mal. Ja. 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 Los geht's! Los geht's! Oh mein Gott! Eine Nase läuft! Alles gut? Ja, geil! Das ist schön! Ja! Wauw! Ja, super leid! Ich weiß nicht, dass er nicht mehr ist! Wow! Oh, oh mein Gott! Ja! Gute! Yes! Wir sind da! Oh Gott! Juhu! Geil! Danke, danke! Ganz toll! Super! Wenn du in die Schule kommst, dann machst du die Ausbildung! Okay! Ich komm wieder, auf jeden Fall! So muss ich sein! Perfekt! Toller Spruch!